Was macht hier den besonderen Reiz für Sie aus? Einen Unterschied haben Sie schon genannt, der Strand. Ansonsten ist es ein, die Berlinale ist ein Festival, das sich möglicherweise, sage ich, ich weiß nicht genau, aber möglicherweise weiter ins Unbekannte hinaus wagt als kann. Das Essen, glaube ich, ist in kann besser. Hallo, mein Name ist Yuzin, ich komme aus China, Singhua. Ich habe eine Frage für 20 Minuten. Das ist die erste Mal, dass Sie hier in Deutschland gekommen sind.